In diesem Video möchte ich dir die Fakultät vorstellen. Diese ist nichts anderes als eine Kurzschreibweise für das Produkt 1 mal 2 mal 3 und so weiter bis n. Für dieses Produkt kannst du auch n Fakultät schreiben, das heißt ein n gefolgt mit einem Ausrufezeichen. Die Fakultät ist insbesondere für die Kombinatorik wichtig, denn sie gibt die Anzahl der verschiedenen Anordnungen einer n-elementigen Menge wieder. So wirst du in der Wahrscheinlichkeitsrechnung, der Statistik, aber auch in anderen Bereichen der Mathematik immer wieder auf die Fakultät stoßen. Schauen wir uns aber zunächst die exakte Definition der Fakultät an. Wir hatten gesagt, dass diese definiert ist als das Produkt 1 mal 2 mal 3 und so weiter bis n. Das hier auftretende Produkt mit der Pünktchenschreibweise können wir auch exakter als endliches Produkt notieren. Wir erhalten, n Fakultät ist das endliche Produkt von k gleich 1 bis k gleich n über k. Was uns noch fehlt, ist der Ausdruck 0 Fakultät. Aber was soll hier das Ergebnis sein? In der Schreibweise mit dem endlichen Produkt erhalten wir, dass 0 Fakultät gleich das Produkt von k gleich 1 bis 0 über k ist. Dieses Produkt ist leer, denn der Startwert vom Laufindex k ist größer als dessen Endwert. Nun hatten wir bereits festgelegt, dass leere Produkte immer gleich 1 sind. Also ist 0 Fakultät gleich 1. Die letzte Gleichung kannst du auch so interpretieren. Du weißt, dass n Fakultät gleich der Anzahl der Anordnungen einer n-elementigen Menge ist. Die Gleichung 0 Fakultät gleich 1 bedeutet also, dass es genau eine Möglichkeit gibt, die leere Menge anzuordnen, nämlich mit der leeren Anordnung. Schauen wir uns einige Beispiele an. Wir wissen bereits, dass 0 Fakultät gleich 1 ist. 1 Fakultät ist das Produkt mit dem einzigen Faktor 1, also gleich 1. 2 Fakultät ist 1 mal 2, also gleich 2. Bei 3 Fakultät erhalten wir 1 mal 2 mal 3, also gleich 6. Und so weiter. Für die nächsten Zahlen haben wir 4 Fakultät ist gleich 24 und 5 Fakultät ist gleich 120. Es sei hier noch angemerkt, dass die Fakultät sehr schnell wächst. So ist 10 Fakultät gleich 3.628.800. Und für 100 Fakultät erhältst du eine Zahl, die, wenn man sie als Dezimalzahl aufschreibt, 157 Ziffern besitzt. Fassen wir das bisher Gesagte zusammen. Für eine natürliche Zahl n größer gleich 0 ist ihre Fakultät definiert durch n Fakultät ist das endliche Produkt 1 mal 2 mal 3 und so weiter bis n, also das Produkt über k von k gleich 1 bis n. Dabei ist 0 Fakultät gleich 1.